Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bliss in der zweiten Folge. Ich muss jetzt mal gucken, wie das jetzt hier aussieht, wie wir hier rüberkommen. Können wir denn auf den Tannzapfen... Ah, können wir... Okay. Dann ist das doch gut. Da muss ich bloß im richtigen Moment Pause machen, wie jetzt? Könnte das klappen? Yes, es klappt. Sehr schön. Ich muss jetzt bloß hier nicht sterben. Jo, okay, geklappt. Es hat geklappt. So, ich tue die Maus einfach jetzt mal hier so hin. Oder ich mache jetzt so ein bisschen Licht da jetzt. Soll ich mal gucken. Okay, ich habe eine Idee. Jetzt gehen wir da rüber. Und steig dann hier hoch. Und wieder Pause. Ja. Und steigt dann da hoch. Und wieder Pause. Steigt dann da hoch. Und... Dann... ...wieder Pause. Oh, klappt es? Ja, es klappt. Okay. Checkpoint. Okay, kann mir einfach durchfallen. Uah. Okay, hat geklappt. Sehr schön. Na, du Hirsch. Oder Reh. Oh. Jetzt ernsthaft? Jetzt tafft so viele auf einmal. Ich weiß ja nicht mehr, wie ich die alle wegkriegen soll. Hä? Achso, ja stimmt. Das geht ja noch. Ah ja, habe ich ganz vergessen jetzt. Wir schaffen es trotzdem nicht. Okay. Da können wir schon eine Taktik überlegen. Wie könnte das gehen? Miss, es war schlecht. Ich fange mal von oben an. Wäre das was? Probier es einfach mal aus. Hops. Nein. Okay, hat auch nicht geklappt. Aber es war schon mal... ...gut. So, das könnte klappen. Oh, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ach, ganz klapp. Okay. Probieren wir es einfach mal aus. Mist, schon wieder. Nein. Wie soll ich das hier machen, bitte? Blob. Blob. Okay, habe ich doch noch gekriegt. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell. Yes. Okay, dann weiter. Schmetterling, kommst du auch? Ja. Okay. Was ist das für ein Baum? Und wieder die hier. Oh, das könnte jetzt wieder ein bisschen komplizierter werden. Ja. Dann muss ich dann ein bisschen später... ...hier drücken. ...hier drücken. Und, plopp. Okay, geschafft. Okay. Speicherpunkt. Mist. Nein, super, super geklappt hier. Okay. Das war jetzt aber ganz knapp. Okay, wie könnte ich die wegmachen? Probieren wir es einfach mal aus. Ach, das klappt nicht. Hä? Hä? Wo bin ich? Ich hänge jetzt da irgendwie in der Wand drin, da. Na super. Hä? Soll ich jetzt wieder rauskommen? Seht ihr, da hänge ich drin. Hier. Oh, Mann, oh. Wie bin ich denn da reingekommen, bitte? Jetzt bin ich da drüben. Hier. Jetzt bin ich raus. Na super, okay. Dann muss ich jetzt nochmal ganz kurz. Bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt muss ich bloß, ähm. Hier rüber kommen. Sind bloß die Typen hier nicht mehr da. Okay. Klappt aber easy. Jetzt nochmal das Ganze von vorne. Hoffen wir, ich fliege nicht nochmal in die Wand rein, sonst wäre es blöd. So, beim ersten Versuch geklappt. Ah, ne, jetzt darf ich die auch nochmal machen. Na super. Ah, ne, da war ich ja gerade. Das glaube ich. Na super. War ich nur noch in vorne. Okay. Ähm. Ich probiere jetzt mal von da aus. Plopp. Plopp. Na super. Okay, es könnte klappen, wenn ich den einen da oben nicht verfehle. So. So. So, hops, hops, hops. Hops, 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 hops und hops. Okay, hat geklappt. So, springen wir mal hier rein. Oh. Dann mache ich mal da Schmetterling-Licht hierhin. So. Hä? Was ist jetzt los? Jetzt fliege ich da hin. Hä? Irgendwie ist der Jackporn voll im Arsch. Jetzt fliege ich da hin, fliege da wieder zurück. Da, hier. Okay, dann nochmal bis gleich. Hehe. Okay, jetzt bin ich wieder da. Was ist denn los bei dem Spiel? Einfach gleich mal ein paar Bugs. Okay, jetzt habe ich mal das nach Jackporn. Hier, Jackporn, klapp bitte. Okay. Uöööp. Okay, sehr schön. Hat geklappt. So, da ist auch gleich ein Jackporn. Probier ich mal so aus, ob das so klappt mit denen. Okay, müsst ihr gut aussehen. Yes. Oh, was ist denn das für Dinger? Nö. Oh. Ah, da muss ich zweimal drauf springen. Okay. Dann probieren wir das doch mal aus. Plopp. Plopp. Und. Okay, geschafft. Sehr schön. Finde ich gut. Okay. Pause wollte ich jetzt gerade nicht machen, war aus Versehen. Okay, jetzt sind eigentlich Stacheln. Ne, sieht nicht so aus. Checkpoint finde ich cool. Okay, haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Okay, das war... Ah, schaffe ich nicht. Okay, dann weiß ich, wie es geht. So, erst auf den, auf den, dann hier rüber. Ah, den letzten Blick noch nicht wegkriegen. Hm. Na, komm, wie drauf. Geh halt nicht drauf. Okay, wie können wir das denn probieren? Weg, weg. Na, super. Okay, nochmal von vorne. Ups. Tot. Hoffentlich geht der Checkpoint. Ja, er geht. Sehr schön. Okay. Also, ich darf da und dann nicht auf das letzte drauf. Das habe ich schon verstanden. Probieren wir uns auf der anderen Seite. Und es klappt, glaube ich. Es klappt. Okay, sehr gut. Oh. Okay, da ist ein Loch. Da muss ich da ganz rüber und dann... Okay, einfach mal hier drüber springen. Und ins... In die Stacheln fallen. Äh, falsch. Und rein springen. Komm ich raus? Was, wo komme ich da rüber? Okay. Gerade auch noch mal wieder so in letzter Sekunde geschafft. Ähm. Und jetzt hier noch schnell das letzte... Ja. Okay. Gut. Probier ich jetzt mal. Klappt es? Es klappt. Oing. Springen wir einfach mal hier schön... Bei allen ersten Versuchen. Oh. Rechtsklick. Bumerang. Hä? Das ist Linksklick. Das ist hier falsch gestanden. Ich drücke rechts. Achso, wahrscheinlich... Achso. Ja, okay. Okay, das soll drücken heißen. Okay, ich habe auf das geguckt. Hä? Okay. Okay. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob das geht. Das habe ich mal ein Video gesehen. Da konnte man das Ding... Kann man da drauf springen? Ich habe immer nicht mal auf meinem Video angeguckt. Wollte mal gucken, wie lange das Spiel etwa so dauert. Und dann... Geht das? Oder? Ja, es geht. Probieren wir es hier auch aus. Nein. Mist. Mist, 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 Mist. Loing. Und hier auch nochmal. So. Und hier auch nochmal. Okay, hat geklappt. Na, super. Fällt da einfach so runter. Das hat geklappt. Wie komm ich da hoch? Achso, das muss ich wahrscheinlich mit dem Oma ran machen. Ah, Mann. Okay. Ach, Boomerang, gib doch. Okay, das war knapp, aber wir schaffen es trotzdem wahrscheinlich. Okay. Geht das jetzt? Ja, okay, sehr gut. Okay. 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 Ja, gut. So, der Schmetterling brauchte mal ein bisschen länger. Wie kriege ich das Ding jetzt hier hin? Na, das war ja. Das war ja. Sehr schlecht. Drauf springen. Hey, wo... Kommt. Wo kommt der wieder zurück? Hä? Soll der nicht normalerweise, wenn der... Geht doch so. Warum geht das jetzt da nicht? Ach, Mann. Ach, ganz knapp. Ach, schon wieder. Nochmal, Versuch, Test, nochmal. Und tot. So. Ach, wo geht das Ding denn immer zurück? Jetzt komm ich wahrscheinlich nicht drauf, wetten. Na, war klar. Und tot sind wir. Okay, also das Ding wird nicht... In der Pause gemacht, wenn... Wenn's zurückkommt. So, okay. Bloin. Sehr gut. Dann laufen wir einfach mal weiter, nach oben. Oh. Äh... Wop. Äh... Ja, okay, geschafft. So, noch ein Checkpoint. Okay, ich weiß es. Ich hoffe es zu wissen. Okay, das war... Zu früh. Na, das war auch... Mist. Ach. Ah, er geht doch da drauf jetzt. Und das war jetzt zu früh. Äh, zu spät. Und das war jetzt zu spät und zu spät. Das könnte genau richtig sein. Okay, geklappt. Oh. Okay, das ist zu früh. Amen. Okay, dann weiß ich etwa, wo ich... ...was machen muss. Okay, das wird ein Fell. Oder nicht? Ich... Ah, okay, wird ein Fell. So. Das könnte auch ein Fail werden. Jetzt hoffe ich mal, dass hier nächstes Böses noch kommt. Okay. Und dann kommt der nächste Speicherpunkt, das Folgenende. Mist. Hopps und hopps und hopps und hopps. Okay, wie soll ich denn das mal machen, wenn ich da oben hängen bleib? Okay, da bleib ich immer hängen. Und einfach drüber springen, bringt glaub ich auch nix. Und einfach drüber springen, bringt doch das was. Hm. Ach. Mann. Mist. 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 ja sehr gut ist bloß die frage ob ich jetzt hier wahrscheinlich sterbe ich jetzt hier ach mist warum spring ich denn da auch ich kann doch einfach drüber gehen muss ich eigentlich auch machen so genau okay so wenn jetzt der nächste speicherpunkt kommt dann höre ich auf sie doch so aus oder oder immer noch nicht bitte okay es hat speichert bitte speichert bitte speichert bitte okay da drüben ist der letzte speicherpunkt okay jetzt die frage wie kann ich das da oben wegkriegen kann ich die bummering reinwerfen wie kann ich die dinge da oben zerstören so geht es nicht so auch nicht und da hoch komme ich auch nicht ich habe eine idee allzu viel zeit habe ich ja da nicht ne probieren wir es einfach mal aus super es fehlt uns da oben der eine noch wie soll ich da hinkommen hä hä komm ich da hin nein komm ich nicht hin ich bin so schlau na klar gut dass ich jetzt darüber gehen und dahin okay war knapp okay jetzt weiß ich wie es geht so okay nochmal weg machen dann speichern ich glaube das wird ein fail na warum springst du denn nicht okay okay ist nochmal da rüber so jetzt nochmal probieren pause rüber ach kommt jetzt da nicht rüber okay nochmal versuchen jetzt kommt wahrscheinlich wegen dem ding nicht da hoch oder okay dann klappt okay und speichert auch dann würde ich sagen oh jetzt nehme ich ja viel mehr auf als eigentlich geplant dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge danke fürs zusehen und bis dann ich hoffe es hat euch gefallen also bis dann ciao